Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freund des gepflegten Klembau-Steinbaus. Wir haben uns hier zuletzt von Mega Construx den Pokéball bzw. den Jumbo-Pokéball angeschaut und da hat mir der liebe Norby geschrieben, dass er sich mehr für die Masters of the Universe Sets interessiert und da habe ich gedacht, euer Wunsch ist mir Befehl und wir schauen uns mal so ein Masters of the Universe Set an. Wir haben deshalb heute die Mega Construx Battle Cat von der Motu-Reihe. 537 Teile hat das Set und gehört zur 10 Plus Pro Builders Reihe. Die Box ist wie auch der den Pokéball sehr sehr hochwertig aufgebaut. Ordentliche Pappqualität, schöne Drucke, also da weiß Mega Construx auf jeden Fall was sie machen. Dann haben wir nochmal das Set in realer Größe abgebildet, das vergleichen wir dann nochmal ob das wirklich hinkommt und wir haben auch noch ein bisschen Werbung dabei und unter anderem haben wir hier die Set Nr. GGJ67, das wohl legendärste Mega Construx Masters of the Universe Set, was so existiert. Aber ich würde sagen, wir können uns die Packung wirklich ewig anschauen und haben trotzdem noch nichts gelernt und deshalb mache ich das Ganze jetzt mal auf und wir schauen uns zusammen die Anleitung und die Steinetüten an. Die Box hat auf jeden Fall denselben hochwertigen Klappmechanismus wie beim Pokéball und ist ganz gut gefüllt. Und hier haben wir auch schon die Anleitung von der GVY14. Die Anleitung ist wieder aus einem hochwertigen Papier und wie so ein kleiner Kalender aufgebaut. Man klappt hier die Seiten nach oben und eben nicht zur Seite wie bei einem Buch. Ansonsten ist es wieder so, dass wir nichts aus Grauen, das schon gebaut wird, sondern alles weiter in Vollfarbe dargestellt wird und mit diesen Farbcodierungen gearbeitet wird, um zu sehen, wo man die Teile hinbaut, hat mir auf jeden Fall sehr gefallen beim letzten Mal. Insgesamt braucht es 196 Bauschritte, um die Battle Cat fertig zu bauen. Und hier unten haben wir auch nochmal die Teileliste, besonders fern auf bedruckte Teile, sehr gut. Und wenn euch die Teileliste tiefer interessiert, könnt ihr euch das Ganze wie immer gerne nochmal anhalten und euch reinziehen. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf den Bau und dementsprechend fange ich jetzt an zu bauen. Und wir sehen uns nach den ersten wichtigen Bauschritten wieder. Dann kann ich auch wie immer was zur Teilequalität und so weiter und so fort sagen. Und ich wünsche mir immer viel Spaß bei dieser Review. Und wir sehen uns das erste Mal wieder nach 46 Bauschritten. Aber keine Angst, dieser Stand, auch wenn er sehr schön ist, ist natürlich nicht das einzigste, was wir in diesen 46 Bauschritten gebaut haben. Aber wir fangen zumindest damit an. Wir haben zwei sehr coole Grundplatten und bauen darauf eben so eine Art Felsen, den wir dann am Ende als Stand für die Battle Cat nehmen. Sehr cool ist, wir haben diesen Battle Cat Print vorn drauf. Das ist ein Print, kein Sticker. Und ihr wisst, sowas gefällt mir sehr. Aber wie gesagt, auch wenn das sehr hübsch ist, ist das soweit noch recht unspektakulär. Und auch von den Bautechniken ist da jetzt nichts Grandioses dabei. Man baut eben einfach eine Art Felsen mit den verschiedenen Steinen. Spannender wird es dann schon beim Körper der Battle Cat. Und wenn ihr das seht, um so etwas zu bauen, braucht man eine Sache. Und zwar 180 Grad Baurichtungsumkehrer. Und für die Leute, die diese Steine lieben, gibt es in diesem Set eine ganze, ganze Menge. In den verschiedensten Farben und Variationen. Es gibt sie in Orange, es gibt sie in Grün. Es gibt sie als Zweibreit. Es gibt sie als Zweimal Zweiersteine und als Einmal Dreier. Ich weiß, dass der liebe Johnny's World, von dem ich auch den Namen Brusteine adaptiert habe, wie die 180 Grad Baurichtungsumkehrer von ihm auch genannt werden, würde sich super freuen. Und so kriegt man eben auch so einen coolen Körper hin. Das wäre ohne die Steine, die ja bei Lego immer noch nicht wirklich im Sortiment angekommen sind, nicht möglich. Ansonsten gibt es natürlich noch nicht so viel dazu zu erzählen. Das kommt natürlich alles noch mit dem Bau. Es ist aber schon ein recht kompakter Oberkörper. Das ist auch keine Luft umbaut. Das sind alles Steine. Und es ist gerade mit der sehr hohen Klemmkraft von Megakonstrux wirklich stabil. Das Einzige, was ich bemängeln könnte, sind die Angusspunkte, die wir hier doch sehr häufig auch sehr offensichtlich sehen. Und egal, wie man die Steine dreht, man sieht sie eben. Aber das ist jetzt nicht der Riesenkritikpunkt. Damit haben ja sehr viele Hersteller, unter anderem auch Kobi, die ich von der Klemmkraft ungefähr vergleichen würde mit diesem Megakonstrux-Stein unter sich gemeinsam, dass sie da dieses Problem mit den Angusspunkten haben. Ich baue jetzt auf jeden Fall weiter und dann sehen wir uns beim nächsten wichtigen Bauschritt wieder. Und wir sehen uns wieder nach knapp 140 Bauschritten und der Hauptkörper der Battle Cat ist nun soweit fertig. Genauso haben wir auch den Schwanz gebaut und alle vier Beine. Das Coole ist halt wirklich, dass der Bau niemals langweilig geworden ist bisher, obwohl es ja auch Wiederholungen darin gibt. Das liegt vor allem daran, dass gerade dieser Teil mit der Schuppenpanzerung sehr spaßig ist und es sieht ja auch am Ende toll aus. Und ich hatte mehr als einmal das Gefühl, dass ich gedacht habe, was wollen die denn jetzt von mir mit diesem Bau? Was wollen die jetzt mit dieser Bautechnik erreichen? Und am Ende, wenn sich dann das Bild langsam zusammengesetzt hat und man das dann eben auch wirklich in der Gesamtheit gesehen hat, hat man gedacht, sieht ja richtig cool aus. Das ist eine super Bautechnik. Ich habe bisher super viel Spaß. Hier sind richtig coole Teile dabei, die es bei Lego in dieser Art einfach nicht gibt. Und damit sind eben auch viele Bautechniken möglich, die es bei Lego nie gegeben hätte. Also ich muss sagen, bisher ist dieses Set einfach wirklich ein Erlebnis. Und egal, was jetzt noch kommen mag, ich bin wirklich froh, dass ich diesen Tipp von dir bekommen habe, Norbi, mir mal ein Masters of the Universe Set von Mega Constructs anzuschauen, weil ich wirklich, wirklich Spaß bisher habe. Und zu der coolen Bautechnik kommt noch die Teilequalität, die wahnsinnig gut ist vom Aussehen, von der Farbtreue, vom Baugefühl und eben auch am Ende von der Klemmkraft. Und wir haben auch noch diese tollen Prints mit dabei. Und auch solche Details wie so einen Riemen hier, der dann auch wirklich aus Gummi ist und kein festes Teil, den man aber trotzdem gut hier verbaut und das ist auch fest, das sind einfach Sachen, die ich an Klemmbaustein-Sets liebe. Genauso ist hier ja auch bisher alles beweglich. Der Ansatz, wo dann der Kopf rankommt, ist beweglich. Der Schwanz ist beweglich und jedes Bein ist beweglich und individuell einstellbar durch die vielen Kugelgelenke, die wir hier verbauen. Also ich freue mich jetzt auf jeden Fall sehr auf die letzten Bauschritte und wir sehen uns dann gleich mit der fertigen Battle Cat wieder. Ich habe die Kraft! Und wir sind mit allen Bauschritten fertig und fertig ist die legendäre Battle Cat aus He-Man. Und der Eindruck, den ich euch in den Zwischenbauschritten schon gesagt habe, hat sich sowas von bestätigt. Das ist ein super gutes Set und für alle Leute, die Fans von diesem Themengebiet und von dieser Lizenz sind, ist das hier wohl ein absolutes Muss, um es sich zu kaufen. Es gibt zwei kleine Kritikpunkte. Einen davon habe ich schon angesprochen und der andere ist wirklich einer. Da muss man krampfhaft danach suchen, um etwas Negatives sagen zu können, um das schlecht zu finden, aber ansprechen möchte ich trotzdem. Der eine Kritikpunkt, wir haben halt die offensichtlichen Angusspunkte. Davon sind relativ weniger am fertigen Set zu sehen, aber vereinzelt sieht man sie eben doch. Der andere Kritikpunkt, der fast schon etwas krampfhaft wirken wird, ist, wir haben für so viele Sachen hier Formen bzw. Spezialteile von Mega Constructs bekommen. Aber hier bei diesen oberen Platten haben wir, obwohl die Prints wunderschön sind und sehr akkurat getroffen, nur normale 1x2er Fliesen bekommen. Deshalb ist der Übergang oben an den Beinen etwas unschön. Und wie gesagt, das ist so minimal, aber es gibt bei diesem Set sonst nichts Schlechtes, was man sagen könnte. Und da fallen selbst solche minimalen Sachen dann trotzdem auf. Ich meine, schaut euch alleine mal diese ganzen Details an, die wir hier mit wirklich tollen Teilen gebaut haben. Der Sattel ist so detailliert, es ist einfach wahnsinnig gut. Wir haben hier eben ein Display-Set, was man sich auf die verschiedensten Arten und Posen einstellen kann. In Angriffspose, man kann den Schlafen legen, wenn man es möchte. Man kann einfach so gut wie alles damit darstellen. Dass man es hier auf diesem Stand befestigt, ist kein Muss. Die ganze Battle Cat steht auch ohne den Stand, wenn man die Beine ordentlich ausrichtet. Und der Bau hat einfach so unglaublich viel Spaß gemacht. Dann ist es auch noch so eine wahre Schönheit fürs Regal, wo man richtig Freude hat, die jedes Mal anzuschauen. Wie gesagt, immer darauf bezogen, wenn man eben mit der Lizenz was anfangen kann. Anderenfalls ist es halt eher nichts für euch. Aber das ist wirklich ein super gutes Set. Und es ist eines der wenigen Lizenz-Sets, wo ich sage, das ist auf den Punkt getroffen. Eine schöne Sache bei Mega ist ja, wir haben da immer sehr viele Ersatzteile. Weil auch in diesem Set wieder hat sich hier eine ganze Menge an Ersatzteilen angesammelt. Über ein was müssen wir aber leider bei Mega natürlich immer sprechen. Und das ist der Preis. Dieses Set würde ich aber sogar unter die Kategorie preislich noch ganz in Ordnung stecken. Wo wir bei dem Pokéball schon in der Kategorie echt teuer waren. Dieses Set kostet auch 30 Euro, wie der Pokéball, aber bietet eben nochmal mehr. Es ist kein Spielset, aber man hat trotzdem ein paar Funktionen dran. Und es sieht einfach wirklich toll aus. Man hat mehr Bauspaß als beim Pokéball und man hat wirklich tolle Prints dabei. Dafür, dass Mega ja nicht die großen Vertriebsstrukturen in Deutschland hat, dann 30 Euro dafür auf Amazon zu bezahlen ist natürlich kein Schnäppchen. Aber auf jeden Fall ein etwas realistischerer Preis als bei so manchen anderen Mega-Construct-Sets. Wenn wir ehrlich sind, sind wir bei Lego momentan von der Preisgestaltung auch nicht mehr weit von sowas entfernt. Beziehungsweise auf demselben oder teilweise noch höherem Niveau. Und dann haben wir hier eben trotzdem ein wasserdichtes lizenziertes Set, mit dem man super viel Spaß hat und was sich richtig gut im Regal macht. Und dementsprechend gibt es für mich auch hier auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Natürlich ist die Zielgruppe hier auf Leute begrenzt, die eben mit der Lizenz was anfangen können. Aber wenn ihr was mit der Lizenz anfangen könnt und noch nichts von Mega-Constructs in diese Richtung gebaut habt, dann kann ich nur sagen, holt das auf jeden Fall nach. Das Set hat mich richtig heiß gemacht und da wird auf jeden Fall in Zukunft noch ein bisschen was zu dieser Lizenz kommen. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt oder auch ein anderes Set aus der Reihe, könnt ihr mir wie immer gerne eure Erfahrungen dazu mit reinschreiben. Damit helft ihr uns sehr weiter hier in dieser schönen Klemmbaustein-Community. Und wenn euch diese Review gefallen hat, könnt ihr wie immer gerne ein Abo und einen Daumen nach oben dalassen, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein! Ich suche auf jeden Fall jetzt noch einen schönen Platz für dieses Set, was nebenbei auch richtig stabil auf dem Stand steht. Also da passiert überhaupt nichts. Haut rein! Euer Valleybrick!